Ich denke, dass sie bei mir ist. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Die war einmal immer gut drauf und immer lustig. Konnte das ganze Team, wir hatten einfach nur Spaß. Das ist nicht so ernst, immer nur Spaß gehabt. Auch wenn mal was schief gegangen ist. Das war auch so tolle Geschichten dann immer gewesen. Aber das war Sabine. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020